So, jetzt bitte mal ne Ballade. La la la, la la la, schön. Der Opa ist ein Pensionär, ihn ärgert seine Rente sehr. So lausig wenig Eier, das ist doch nix, Mensch Meier. Den Opa hat die Gier gepackt, er hätte gern was eingesackt. Von den Milliardensummen, die durch die Landschaft brummen. La la la, la la la, Opa Corona. La la la, la la, Opa Corona. Wann ist das denn jetzt so dramatisch? Sing mal leise weiter. Der Opa wäre gern Verbrecher, ein Räuber und ein Rächer. Oh, aber wie vermisst er sie, die kriminelle Energie? Tja, der Opa sei ein Hedonist. Wie bitte? Er weiß zwar gar nicht, was das ist, doch Oma hat's zu ihm gesagt. Er hat nicht weiter nachgefragt. Näh, näh. La, 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 la. Opa Corona. Ja, ist klar. Dem Opa fehlt der Fußballschpass. Und wem. Als Eintracht-Fan mit Bayern-Hass sucht er nach Emotionen, die sich so ähnlich lohnen. Jawoll, Eintracht, Eintracht. Das ging jetzt aber schon ganz schön an die Reserve. AHH Na ja, machen wir erstmal ein Nickerchen.